Jetzt fahre ich zu Nadine. Dort treffen sich heute ein paar Frauen, um eine Rückführung zu machen. Ich bin schon sehr neugierig. Wir sitzen in einer recht großen Runde und Nadine fragt, wer möchte über die Hypnose für uns die Rückführung machen? Eine Frau meldet sich und meint, da ich sehr im Denken bin, möchte ich das mal ausprobieren. Ich bin gespannt, ob das wirklich klappt. Nadine bringt sie in die Hypnose. Ich am Rande sitzend, weil manche Sachen mir einfach noch suspekt sind, beobachte alles und höre zu. Nadine führt die Frau, welche uns erzählt, in welchem Jahr sie gerade ist und in welchem Land, in diese Trossereise. Richtig wohl fühle ich mich nicht. Dann aber werde ich sehr aufmerksam, als ich höre. Ich sehe da eine Burg, ein Turm. Ich gehe da hin und lauf die Stufen runter. Ich gehe rechts durch eine grüne Tür in einen Raum hinein. Dort sehe ich eine Frau, sie sieht furchtbar aus. Sie lebt kaum noch und trägt einen Kapuzenumhang. Doch die Kleider sind zerrissen, überall ist Blut. Punkt, 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 Punkt. Rotblondes, rotblondes, langes Haar hat sie. Mir wird speiübel. Ich bin gerade im falschen Film. Ich bin sicher im falschen Film. Die grüne Tür zu dem Raum, in den sie rechts hineinging. Die rotblonde Frau mit Kapuzenmantel. Die Burg, der Turm. Das alles habe ich doch erlebt. Einst auf einer geführten Trossereise. Genau so, aber wirklich genau so, wie sie es gerade erzählt. Das geht nicht. So viel Zufall kann es doch gar nicht geben. Ich drücke mich in meinen Stuhl rein, mach mich klein. Ich würde am liebsten gerade gar nicht da sein. Mein Unterleib fängt an, weh zu tun. Abhauen will ich. Ich beruhige mich selbst. Lara, warte ab. Das löst sich gleich alles im Wohlgefallen auf. Ich höre weiter der Frau in Hypnose zu. Sie spricht. Ich renne zu ihr. Ich muss sie in den Wald bringen. Zu uns Frauen, zu uns Heilerinnen, sonst stirbt sie. Ich schaffe es auch, sie zum Pferd zu bringen und in den Wald. Die Frauen kümmern sich um sie. Weiße Frauen. Wir pflegen sie gesund. Doch sie ist danach nicht mehr die Frau, die sie einmal war. Ihr Herz war hart geworden. Sie wurde zu einer Frau, die von Männern nichts mehr wissen wollte. Sie fühlt sich so kalt an und sie erzählt uns, dass da dieser Mann mit seinen Mannen kam und sie wurde von allen vergewaltigt. Nadine fragt, wer ist diese Frau? Ist sie unter uns? Sie erhält als Antwort, Lara ist es. Und ich weiß auch, wie der Mann heißt. Ich höre den Namen nicht mehr von diesem Mann, weil ich nur einen Satz höre, der nachklingt und nachklingt. Lara ist es. Ich kann das nicht glauben. Ich mag das nicht glauben. Es kann doch nicht möglich sein, dass diese Frau, die mich nicht kennt, die gleichen Bilder hatte, wie ich einst Punkt, 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 Punkt. Auszug aus meinem Roman. Spannende Leichtigkeit. Lara im Dschungel der Gefühle. Und das Bild ist von Pixabay von Enric Messe. Kann ich nicht lesen. Steht im Text beim Video.